Herzlich Willkommen bei einer neuen Walking Dead, nein gar nicht wahr, The Walking Dead Folge und wir wollen heute mit Episode 2 anfangen. Hunger und Hilfe. Und los. Klick, klick. Klick, klick. Und Ladebildschirm, wie wir es doch schon gewohnt sind. Ja, ich bin echt gespannt auf diese Folge. Wird bestimmt mega geil. Ach ja, Kinder. Ich weiß, wer du bist. Ich habe eine gute Idee für dich. Du hast du dir selbst durch das? Ja, ich möchte meine Eltern nach Hause kommen. Und du? Du schaust auf die Front Door. Du bist unser Lookout. Das ist Doug. Du hast es. Und ich bin Carly. Okay, Carly, you'll shift in with Doug when... You got it, Boss. Son of a bitch. One of them is bitten. We reason with him. With the bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Oh, mein Gott. Und ich gebe nicht so was mit dir passiert. Aber wenn irgendwas mit meiner Tochter passiert oder der kleine Mädchen, die du mit dir hast, dann guckst du deinen Arsch. Ja, Kinder, das ist uns schon alles bekannt. Diese Spielerei passt sich nicht von der Entscheidung an. Die Handlung richtet sich nach deiner Spielweise. Ja, ja, wissen wir auch. Deswegen ist Doug verloren gegangen. Oh, mein Gott. Telltale Games präsentiert immer noch in Zusammenarbeit mit Skyborne Entertainment. Drei Monate später. Was? Okay. Schlagen wir den Zombie. Eins, zwei... Jetzt. Wir haben die Tür geöffnet. Ja, aber dann würde ich wahrscheinlich B-Fooden sein. Trust mir, ich habe keine Regretungen. Rabbit ist gar nicht ein Essen, Mark, aber ich nehme es. Wir sind alle hungry. Nein, schade. Wenn ich zuerst für Carly rassiert habe, ich dachte, sie würde mich auf meine Hand nehmen nehmen. Wir sind alle auf den Weg. Wir sind alle auf den Weg. Ja, du bist. Ich wünsche mir sicher, wie viel Essen wir haben. Das war's für heute. Hier we are. Well, he needs to get over that and start finding a way to pull his weight. Our problems are not, we should all be out here trying to find food. And I know Lily thinks he's getting weaker, but the guy's all muscle. He's a walking pile driver. I know I wouldn't want to be stuck in a room with him. And didn't he punch you in the face one time? Knock me flat. Don't, Ganshad will bring walkers, or a bird's not worth it. Yeah, I know. I'm just really frickin' hungry. Shit, was that Kenny? I don't know, come on. Ganshad will go. Oh shit, no, no, please don't kill us. We just want to help our teacher, we'll leave, I swear. Lee, you guys okay? Get it off, get it off, goddammit, get it off me! Travis, maybe they can help. These might be the same guys that raided our camp and we barely got away from that. What guys? Why the fuck is there a bear trap out here? It's okay, we're not gonna hurt you. Don't listen to them, Ben. Please, just let us go, we're not a threat to you. Kid, chill out. We'll try to help you, but you gotta shut the fuck up. Lee's fucked up, gotta help you. Please. Ben, shut up. My dad was special forces, I know what I'm doing. Just see if you can get him out. After that you can leave us or whatever. I don't care. Please. I gotta get him out of there. Oh God, thank you. Fine, but you gotta hurry. Hurry, please, hurry. Oh nein, da kommen Zombies, Kinder. Lee, diese Trappe hat sich verletzt. Es gibt keine Erlebnisse. Oh nein. Und mit zwei werden wir fertig, oder? Walker, jetzt werden wir nie verlassen. Bitte, geh mich davon aus. Mark, geh die Jungs zurück. Kenny, geh die Walkers weg von mir. So, dann schauen wir mal. Kriegen wir das irgendwie auf? Okay, okay, das bringt schon mal nichts. Mit der Axt draufhauen. Scheiße, das bringt alles nichts. Die Kette, die Kette. Ja. Komm schon, irgendwann wird die schon kaputt gehen, oder? Das bringt nichts. Scheiße. Wir müssen wirklich sein Bein abpacken. Das geht nicht anders. Oh fuck, oh fuck. Oh Gott, ich werde ihn abhauen müssen. Nein, nein, nein. Versuch die Trappe wieder. Kenny, ich kann sie nicht immer wieder halten. Guck mal, nicht ein bisschen weiter tiefer abhauen. Oh man. Oh Gott, es gibt so viele von ihnen. Fuck, ich habe jetzt nur verbraucht. Wir müssen gehen. Ein letzter Heap, ein letzter Heap. Nee, doch noch nicht. Warum denn immer so oft hauen? Ich will nicht mehr. Da, 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 ja. Oh Gott. Shit. Ist er... Er hat nicht mehr verbrannt. Oh mein Gott, aber ist Blut. Er ist alive. Grab ihn und lasst uns. Behind you! Travis! Come on, come on, we gotta move! No! Nein! Nein! Der Wartungshund. Ja. Das war schon. Der kommt noch nicht mehr. Ich wollte noch mehr episch reden, aber... Naja. Travillt, tschermotor, eh, 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 eh. Hunger und Hilfe. Okay, also es sind drei Monate vergangen, und wir haben neue Leute kennengelernt, die uns beiseite stehen. Tja, was soll ich sagen? Mir kommt dieser Wohnwagen ein bisschen bekannt vor. Euch auch Kinder? Ihr wisst schon, was ich meine. Warum grinst sie? Irgendwie alles sehr trostlos. Was soll ich nicht mehr? Schnell! Ich bin der Schmerz. 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 Was die hell machen? Komm, komm! Oh mein Gott! Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Ich habe Zeit, ich habe Zeit, um zu erklären. Lee, bist du okay? Get ihn in die Trucke, ich werde sehen, was ich hier machen kann. Kat, kannst du ihn fixieren? Jesus, Ken! Lee! Ich weiß nicht. Lee! Was ist das? Du kannst nicht nur bringen neue Leute hier. Was bist du hier? Hey, willst du dich aufhören für eine fucking Minute? Hey, nein, ich weiß nicht! Ich wollte wissen, warum du denkst du mehr Malus zu feeden war eine gute Idee? Er würde ihm sterben, wenn wir ihn verlassen haben. So was? Wir sind nicht zuständig für alle schwierige Survivor, die wir sehen. Wir müssen uns auf unsere Gruppe beschäftigen, hier, hier, jetzt. Well, hang on. Wir haben nicht even gesprochen mit diesen Leuten, vielleicht können sie helfen. Komm, Lilly, diese Leute sind Leute. Leute versuchen zu übernehmen, wie wir uns. Wir müssen uns zusammenhängen, um zu übernehmen. Die einzige Grund, warum du hier bist, ist, dass du Essen hast. Enough für alle uns. Aber diese Essen ist fast weg. Komm, wir haben vielleicht eine Woche lefte. Und ich glaube, dass ihr euch nicht alle Brusten verwendet, habt ihr? Um, nein. Okay, ihr seid ihr da, dann. Willkommen zur Familie, kid. Komm, hier, und sehen, was ich gemacht habe. Was? Nein, ich... Just come on, okay? You know, you like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Oh, come on, you're being dramatic. Everything always turns into a power struggle between you two. I'm not gonna be a part of that. Hey, I didn't ask to lead this group. Everyone was happy to have me distributing the food when there was enough to go around, but now that it's running out, suddenly I'm a goddamn Nazi. It doesn't matter who's in charge. Most people are here now. I guess we just have to decide what happens next. No, Lee, it does matter. One person can't be in charge of everything. You know, it might feel safe for you to sit on the fence, but sooner or later you're gonna have to decide whose side you're on. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Dad, please. Why don't you go help Mark with the wall? You think this is easy for me? Everyone's starting to hate me because I'm the one that rations the food, but nobody else wants to. You know what? I'm not doing it tonight. You do it. There's today's food rations, but there's not enough for everyone. Good luck. Good luck. How are you doing, Clementine? Okay. Where's your head? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. Thank you. Okay, Clem. I've got to take care of some things. Why don't you go back to playing with Duck for a while? Okay. Come, we're going to talk to her. Die find ich auch ganz cool, eigentlich. Want something to eat? Yeah, come here. A paar Pfund Fleisch auf die Rippen, das kommt, glaube ich, gut. Me? How about you? You look like crap, Lee. When was the last time you ate? I'm okay. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. I know I said it didn't matter why you saved me instead of Doug, but... You don't know me anything, Carly. Hey, Duck, how about a little food? Here. Oh, heck yes! Is there peanut butter? Nein. What do you think, Duck? No, probably not. Here, Clem. You need something to eat. Okay. A Sunday would be better next time. I'll keep that in mind. Blah, 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 blah. Wir unterhalten uns mal mit Kenny ein bisschen. Word's getting out that you want to leave the motor in. I ain't no secret, Lee. It's probably our best bet. I'm not sure, that's the best idea. You gave Glenn your blessing when he left. Just asking you respect my choice as well. Yeah, but he was leaving to find his friends. Your family is right here. Well, here isn't doing us any good. You should think about coming with us. You and Clem. We need you here. We have a better chance of surviving as a group. Our best chance of surviving is to get away from the mainland. My mind is made up. Na, wenn er das meint. Obwohl das wirklich eine kluge Idee. Irgendeine Insel suchen. Da alle Zombies abschlachten. Na gut, man weiß nicht, ob die Zombies irgendwann schwimmen können. Oder echt. Ist ungewiss. Was liegt da eigentlich? Kann man sich das angucken? Nee. Ich meine, in irgendeinem Film konnten sie irgendwann schwimmen. Ich weiß bloß nicht mehr welchen. Ah, ich glaube, mir ist das eingefallen. Ich glaube, das war... Boah. Na? Na? Willst du den verdammten Bord steigen? Ich versuche es. Ich habe nicht gedacht, dass ich bereits diese Woche zu bekommen habe. Was willst du? Eine Handlung? Oh, ich habe 60 Cent in meinem Pocken. Wenn du aufhörst und es zu stoppen, ist es so ein Pansy. So, ich wollte gerade den Namen des Films sagen. Ich meine, das war Land of the Dead. Irgendwie so war das. Na, mit dem will ich. Der kriegt auch nichts. Aber eh, hier. Den mag ich. Der ist cool drauf. Hier. Eat something. Was möchte ich denn? Ist ein Cracker oder Dörrfleisch? Ich glaube, ich will lieber es Dörrfleisch beinen. Danke, Lee. Nehmt keine Hilfe mit dem Wallen? Nein. Eigentlich, wir können deinen Axt benutzen. Wollen Sie es nehmen? Ja, gib uns das Ding für ein bisschen. Larry gebe ich die ganze. Garantiert nicht. Hier, Mark. Das sollte helfen. Danke. Hey, ich bin derjenige, die all die Arbeit hier machen. Du hattest nicht, dass du mir den Axt geben? Kommt mal, Larry. Gib es einen Rast, Mann. Dinge sind anders. Being a racist is outdated. Oh, und das ist das, was du denkst, das ist? Ist das, was du sagst? Ja, das ist richtig. Und was sollst du damit machen? Schau, ich bin nicht egal, was es ist. Aber du zwei müssen versuchen, sich zusammen zu gehen. Das nur was, was ich tun muss, ist, meine Dörrchen zu schützen. Und jetzt bedeutet das, diese verdammte Wallen zu fixieren. Also würde ich es empfehlen, wenn du zwei aufhörst und mich zurück zu arbeiten lassen würden. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt so abtickt. Nein, komm, wir brauchen auch was zu essen. Haha, nein, wir behalten es einfach mal. Denn wir müssen Clementine beschützen. Und ja, ich weiß, es klingt ein bisschen arschig vielleicht, aber es klappt schon. Nicht so ein easy Job, ist es? Ich habe nie gesagt, es war. Ich habe dich nicht verweilen. Ich weiß nicht, wie du die Kraft hast, das jeden Tag zu tun. Ich habe keine Wahl. Lee, Kenny, ich weiß, ich habe aus dem Essen vor... Hey, es war eine schwierige Wahl, aber du hast die Kinder. Das ist das, was ein realer Mann macht. Ich bin ernsthaft über diesen Offen, um mit uns zu kommen. Du hast mehr als erneut in der R.V. mit mir. Still, ich glaube, einige Leute werden nicht glücklich mit deinem Wahl. Du bist weg? Was ist mit meinem Essen? Es gibt nichts mehr. Es gibt nichts mehr. Du hast immer die Leute wie das, und deine Zeit in dieser Gruppe sind in der R.V. Du bist ein, der Mann zu sprechen. Ja, aber ich weiß nicht, dass du hier arbeiten kannst, auf dieser Wall. Ken, Lee, komm hier, bitte. Er hat nicht gemacht, hat er? Er hat zu viel Blut verloren. Gott, das ist, ich schlaufe von diesem Blut. By the way Was Was? Ah, Scheiße Äh, KUKUKUKUKUKUKUKUKU Oh, nein! Dieser blöde... Ah, cool! Und nach links und nach rechts und... Oh, verdammt, voll daneben. Ich will ihm ins Gesicht treten, ins Gesicht! Ja, das Spiel ist vorbei. Wir sind tot, das war die Entscheidung. Und jetzt muss ich nicht mehr weiterspielen. Nein, Spaß! Es geht selbstverständlich weiter. So, jetzt hau ab, du blöder Zombie! So, und drehen, 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 drehen! Auf die Nase! Ja, genau so. Und jetzt rückwärts, 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 rückwärts. Ja, voll in die Augen! Und jetzt rückwärts, rückwärts, rückwärts! Dad, calm down. Du bist alle getötet! Warum hast du uns nicht gesagt, er war getötet? Was? Er war getötet, und du sagst eine gottende Worte! Aber er war getötet, ich versuche! Du bist nicht getötet, hierher, kam zurück in die Welt, und versucht, zu töten meine Frau! Was? Wait, ihr all don't know? Was die hell are you talking about? Es ist nicht die BITE, das das es macht. Du kommst zurück, no matter how du sterben. Wenn du nicht zerstört den Gehirn, das ist nur was passiert. Es wird passieren, alle von uns. Wir sind alle infectiert, alle? Ich glaube so. Ich weiß nicht, ich weiß, dass ich Leute rückwärts, die ich nicht verletzen habe. Wenn ich das erste Mal gesehen habe, wir alle in der Kirche sahen, und alle glaubten wir endlich sicher sind. Aber eine von den Mädchen, Jenny Pitcher, glaube ich, ich glaube, sie konnte es nicht nehmen. Sie hat ein Pils, viele von ihnen. Someone went in die Mädchen's room the next morning, und... Gott. Back off! Whoa, lady, relax! Me und mein Bruder, wir... Wir wollen nur wissen, ob y'all können uns helfen. Ich habe gesagt, back off! Carly. Du bist hier verletzt, hier. Wir schauen uns nach und zurück. Okay, das ist okay. Dann, uh, but, but you'd really be helping out a fellow survivor if, if you could part with some extra gas before we leave. Why do you need gas? Our place is protected by an electric fence. Generators provide the electricity. Our generators run on gas. Look, we own a dairy farm a few miles up the road. If you all be willing to lower your guns, we, we can talk about some kind of trade. How y'all doing on food? Dude, we got plenty at the dairy. Lee, why don't you and Mark check the place out? See if it's legit. I'm going with you. I got your back if anything seems fishy. So, uh, what do y'all think? Kinder, ich glaube, das ist eine recht gute Idee, aber bevor ich mich entscheide, ich habe mal ein bisschen auf die Uhr gechillt, 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 gechillt und wir sind schon bei 25 Minuten, das geht nicht klar. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Entscheidung. Bis dann. Ciao.